Du willst mehr über Pokémon Karmazin und Purpur erfahren? Dann habe ich hier was für dich. Wir schauen uns nämlich heute in diesem Video die Dinge an, die Nintendo uns nicht über Pokémon Karmazin und Purpur erzählen möchte. Los geht's! Falls du jemand bist, der nicht gerne auf Gerüchte hereinfällt und irgendwelche Screenshots von Möchtegern Data meinen Glauben schenkt, dann kann ich dich an dieser Stelle hier beruhigen. Wir werden uns hier in dem Video nur auf Informationen berufen, die direkt von Nintendo rausgegangen sind. Aber Kommunikation ist so eine lustige Sache. Man kann alles so auffassen wie ein begeistertes, happy dreijähriges Kind oder wie ein skeptischer 70-jähriger alter Mann. Und wir wollen jetzt den Oppi in uns allen heute einmal channeln, um herauszufinden, was schreibt Nintendo auf der eigenen Website über die Spiele und was können wir im schlimmsten, negativsten Fall herausinterpretieren, weil die Wahrheit ist immer irgendwo dazwischen. Pokémon Karmazin, Pokémon Purpur. Jetzt neu mit dem roten Dorfmuppet und dem lilanen Dorfmuppet. Erhältlich ab dem 18. November 2022. Erfahre hier jetzt mehr über die drei Starter, sowie die beiden Dorfmuppets, Koraidon und Miraidon. Guck mal, wir haben Starter-Pokémon gemacht. Super cute sehen sie aus, alle drei. Aber wir verraten dir nicht, wie sie in der letzten Entwicklungsstufe aussehen, weil da versauen wir für gewöhnlich immer alles. Deswegen guck dir die cuten Varianten an. Lerne die Charaktere kennen. Jetzt haben wir sogar erstmalig auch unterschiedliche Hauptcharaktere in den einzelnen Editionen. Das heißt, wenn du die gesamte Story erfahren möchtest, dann brauchst du dir nicht nur ein Spiel kaufen, sondern gleich alle beide. Schließlich willst du ja auch wissen, was der jeweils andere Professor zu dem aktuellen Status Quo zu sagen hat. Die Welt der Pokémon erreicht die nächste Entwicklungsstufe. Dieses Abenteuer ist komplett neu. Super neu. Aber auch wiederum nicht. Also falls du jetzt Angst hast, dass es zu neu wird, nein, es wird nicht zu neu. Aber falls du Angst hast, dass es zu altmodisch ist und keine neuen Sachen drin sind, doch, 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 wir haben neue Sachen mit drin. Wir haben nämlich jetzt erstmalig eine Open World. Was wir damit meinen, wissen wir selbst genau nicht, weil schließlich konntest du ja in sämtlichen anderen Spielen auch in einer riesigen, offenen Welt in jede einzelne Stadt reingehen und hattest keine langen Ladezeiten zwischen den einzelnen Städten, was streng genommen Open World bedeutet. Aber das ist jetzt hier nicht wichtig, weil Open World Spiele verkaufen sich sehr gut im Moment. Deswegen hast du jetzt erstmalig eine Open World. Pokémon ist erhältlich ab dem 18. November 2022. Aber falls du uns vorher schon Geld geben möchtest, dann haben wir da kein Problem damit. Hier ist unsere Bankverbindung. Bezahle jetzt und krieg das Spiel aber trotzdem erst später, wenn es alle anderen kriegen. Neuigkeiten, hier haben wir ein paar prägelnde News, um dich noch mehr zu halten, dir das Spiel auch wirklich zu holen. Weil wenn wir einfach sagen würden, das Spiel kommt raus und warten ab, dann vergisst du das sowieso wieder. Deswegen liest du hier einmal regelmäßig Sachen durch, damit du auch ja nicht vergisst, dass das Spiel rauskommt. Die Spielfunktionen. Die Welt der Pokémon erreicht die nächste Entwicklungsstufe. Pokémon Kamesin und Puppa Aschern erst gegen Ende des Jahres. Dafür sind es aber auch ganz neue Pokémon Spiele. Also keine Remakes oder Remasters oder Neuauflagen von alten Games, die wir vor 20 Jahren rausgebracht haben. Nein, diesmal ist es ein ganz neues Spiel. Und dieses Spiel bietet dir... Chef, was bietet das Game nochmal? Keine Ahnung, lass dir einfach ein schönes Wort einfallen. Das kriegt eh keiner mit. Okay, ähm... Unser Spiel bietet dir eine ausdrucksstarke Welt. Unsere neuen Games sind so mega easy, dass selbst die größten Volldoops und komplette Neueinsteiger die Spiele ohne Probleme durchspielen können. Erlebe jetzt erstmals ein Pokémon-Game ohne eine alles verbindende Story. Natürlich kannst du trotzdem gegen Arena leider kämpfen, aber eine übergeordnete Story suchst du hier vergebens. Stattdessen bekommst du ganz, ganz viele kleine Mini-Geschichten und Erlebnisse. Uns ist grundsätzlich auch egal, wie du das Spiel spielst und in welche Stadt du als erstes reingehst. Hauptsache, du hast dir das Spiel erst einmal geholt und hast das Geld ausgegeben. Also, mach einfach, worauf du Bock hast. Eine genaue Abfolge gibt es sowieso nicht in dem Game. Der Mehrspielermodus ermöglicht ein noch tiefgehenderes Erlebnis. Der Mehrspielermodus umfasst nämlich jetzt nicht nur das Tauschen und das Kämpfen, sondern jetzt kannst du sogar mit bis zu drei anderen Personen gleichzeitig gemeinsam die Welt erkunden und anschauen in der Oberwelt. Also, geh jetzt los und nerv deine Freunde und Familie, bis sich jeder Einzelne von denen beide Games geholt hat, damit auch wirklich jeder alles erleben kann und gemeinsam mit dir durch die Welt streift. Wenn dich die Spielfunktionen jetzt noch nicht überzeugt haben, dann werden es bestimmt diese wunderschönen Pokémon, die wir extra für dich uns ausgedacht haben. Da hätten wir einmal das Katzengras. Baby K. Roo. Der Alternative Donald Duck. Das alte Dorfmoppet. Das neue Dorfmoppet. Star. Ich habe meine Waffen zu Hause vergessen. Eine fette Fake-Kröte. Mister. Ich habe meine Rüstung zu Hause vergessen. Mrs. Starrwahl auf zwei Beinen. Das Baby Dorfmoppet. Ein gieraffiger Fiebertraum. Und natürlich das wandelnde Frühstück. Hier haben wir natürlich noch Geld. Nintendos Favorite. Natürlich haben wir hier auch noch Mr. Finger in Mexiko. Oder das letzte Haustier, das deine Kinder jemals haben werden. Verpass aber auf keinen Fall. Cringe-Krabbi. Schwarzes Schwein. Oder? Kack. Felino. Das Beste haben wir uns natürlich zum Schluss aufgehoben. Orangener Pikachu. Die verstörte Olive. Und Pene. Nigtar. Wie gesagt, Pokémon kommt erst am 18. raus. Aber wenn du uns jetzt schon Geld geben möchtest, kannst du natürlich sehr gerne diese beiden Spiele vorbestellen. Wenn du aber noch ein kleines bisschen wartest, bis wir soweit sind und alles fertig vorbereitet haben, gibt es sogar noch deine Doppelversion mit Steelbook und allem drum und dran. Damit du gar nicht diesen Aufwand hast, zwei Spiele zu kaufen, sondern einfach für dein gesamtes Abenteuer nur einen einzigen Artikel kaufen musst. Du willst jetzt wissen, wie viel das Ganze kostet, der ganze Spaß. Also beide Spiele und dann noch die DLCs für beide Spiele, die Erweiterungspässe und drum und alles drum und dran. Einfach kaufen. Einfach kaufen. Nein, 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 nein. Einfach kaufen.